Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik, die wir regelmäßig machen wollen, und zwar die Statistik des Monats. Heute natürlich in Zusammenhang mit unserem Thema, dem Islam. Und aus dem Dschungel der vielen Zahlen und Statistiken hat sich der Olli mal so ein paar Eckdaten rausgesucht. Ja, und die Frage, die zu beantworten ist, ist wer, wo und falls ja, wie viele Muslime gibt es eigentlich? Und weltweit sind es also knapp 1,6 Milliarden Leute. Das sind 20,1 Prozent der Weltbevölkerung. Wenn man sich Europa anguckt, dann stellt man fest, dass es 16 Millionen, nein, in der EU muss ich sagen, das ist ja ein Unterschied, in der EU gibt es 16 Millionen Muslime. Bei 500 Millionen Einwohnern haben wir also eine Quote von 3,2 Prozent der EU-Einwohner, die Muslime sind. In Deutschland gibt es ungefähr 4 Millionen Muslime, davon sind 2,6 Millionen Sunniten, eine halbe Million sind Aleviten, 225.000 sind Imamiten und Schiiten, und dann gibt es noch 70.000 Aleviten. Und das ist insgesamt ungefähr 5 Prozent der deutschen Bevölkerung. 5 Prozent der deutschen Bevölkerung? Genau. Was nicht ganz klar wird, ist, wie das erfasst wird, weil die Muslime natürlich keine Großkirchen oder analoge Institutionen zu den Großkirchen haben, wo sie offiziell beitreten könnten oder auch nicht. Sodass ich davon ausgehe, dass die Statistiker sich da irgendwas ausgedacht haben und im schlimmsten Fall auch atheistische, türkischstämmige Leute als Muslime erfasst haben. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht haben sie auch nur einen bestimmten Prozentsatz dieser Leute erfasst. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ja, das ist natürlich schwierig, das stimmt. Also 5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, 3 Prozent der Bevölkerung der EU und 20 Prozent der Weltbevölkerung sind Muslime. Wenn die alle unseren Podcast hören, dann würde sich unser Publikum bestimmt verdoppeln. Ja, mindestens. Und ich habe gelesen, dass eine deutsche Besonderheit bei der Zusammensetzung der Muslime in Deutschland ist, dass die große Einwanderungswelle aus der Türkei hier war und dass deswegen innerhalb der Muslime viele Glaubensrichtungen sozusagen überrepräsentiert sind, weil halt die Einwanderer aus der Türkei aus bestimmten Gebieten kamen, in denen genau diese islamischen Richtungen vorherrschen. Sodass man also in Deutschland die Zusammensetzung innerhalb der Muslime nicht anteilsmäßig gleich hat wie die Zusammensetzung der Muslime weltweit. Ja, das wird sich jetzt ändern im letzten Jahr 2015, als also diese Flüchtlingswelle kam. Und ein Teil der Leute wird sicher bleiben irgendwie in einer Form. Und da denke ich, dass sich das ein bisschen ändert wird, dass da mehr Leute aus dem Maghreb dazukommen, mehr Leute aus, wie soll man denn sagen, Mittleren Osten oder Zentralasien oder sowas. Ja, das wird interessant. Bei einer Gesamtzahl von 4 Millionen Muslimen und der letzten Zahl von einer Million Flüchtlinge. Ja, das heißt, der Prozentsatz, der muslimische Anteil der Bevölkerung wird von 5% auf 6,5% steigen. Wenn man all die Flüchtlinge dazu rechnet und davon ausgegeben, dass sie blieben. Dass sie alle bleiben, ja. Also was mich daran interessiert hat, oder ich interessant fand, war, dass wenn man sich also die Aussagen einiger Leute anguckt, dann müsste man halt den Eindruck haben, dass es also fast schon die Mehrheit der Leute in Deutschland sein, Muslime so bedroht, wie das christliche Abendland ist. Und ich meine, gerade wenn man es EU-weit guckt mit 3%, äh, also selbst wenn diese Leute, man muss sich das überlegen, wenn man sich vorstellt, dass die Leute sich, da kommen jedes Jahr in Deutschland, sagen wir mal in Deutschland, in Deutschland kommt jedes Jahr eine Million Leute dazu. jedes Jahr, so wie das im letzten Jahr exakt einmal passiert ist. Und da kommen jedes Jahr, kommen eine Million Muslime dazu. Dann dauert es, wie lange? Bis die eine Mehrheit haben. Dann dauert es 80, ungefähr 2095, bis sich da, bis quasi die, die islamischen Länder leergewandert sind. und es würde sich eine Mehrheit finden hier, um irgendwas durchzusetzen. Und das ist eine völlig absurde Idee, dass jedes Jahr so viele dazu kommen. Ich, ich, ich verstehe diese Panikmache nicht. Das ist allerdings eine absurde Idee. Es ist natürlich so, dass es Probleme gibt. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt immer Probleme, wo Leute mit verschiedenem Hintergrund zusammenkommen, zumindest potenzielle Probleme. Aber ich glaube, da wird sehr viel übertrieben. Das glaube ich auch. Und also, das ist so ähnlich, wie man sagt, Deutschland wird immer undeutscher. Also, selbst wenn das so wäre, wenn Deutschland ein Einwanderungsland ist, was immer weniger deutsch wird, selbst wenn das so wäre, was wäre daran so schlimm? Also, ich verstehe das auch immer nicht. Das Zusammenlegen muss man so oder so regeln, egal, wo die Leute herkommen und so weiter. Das wird ja nicht einfacher dadurch, wenn man niemanden aufnimmt, finde ich. Aber es ist schon interessant, dass das so empfunden wird, dass es eben so viele Muslime gibt, was ja wahrscheinlich was mit den Medien zu tun hat. Oder auch damit, dass man sie vielleicht im Straßenbild erkennt. Oder, also die Frage ist wirklich, wo das, dass es einem vielleicht auch sehr fremdartig erscheint und Angst macht, der Islam. Ja. Es gibt Umfragen, das sehe ich immer mal wieder. Ich habe das jetzt nicht gesammelt. Da werden die Leute gefragt, quer durch Europa oder durch alle Länder, die man so, die findet. Was meinen Sie denn, wie viel Prozent der Bevölkerung in Ihrem Land X sind denn Muslime? Und die sind immer weit ums X-Fache sind die Schätzungen über den eigentlichen Anteil. Ja. Die Leute werden als bedrohlich empfunden. Die Leute werden insbesondere, die werden als bedrohlich empfunden für die eigene Religion, für die eigene Kultur. Und ich weiß auch nicht. Ja, so Organisationen wie die AfD tun ja das Irrige dazu, dieses Bild zu schüren. Also da gibt es ja auch diese Statistiken dazu, wo man sieht, wo hat die AfD die höchsten Stimmen erzielt. Und das ist oft in den Gebieten, wo am wenigsten Ausländer wohnen. Also diese eine Insel in Ostdeutschland zum Beispiel, wo irgendwie zwei Flüchtlinge wohnen, da hat die AfD irgendwie die absolute Mehrheit geholt oder irgendwie solche ungefähren Zahlen. Also das scheint tatsächlich... Ja, das liegt halt daran, dass die Leute immer Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. Offensichtlich. Und wenn man dann merkt, dass die nette Familie aus der Nachbarschaft zwar in die Moschee geht und nicht zur Kirche, ja, aber das ist im Wesentlichen und macht vielleicht noch andere Sachen, die man irgendwie nicht so recht versteht, aber das sind halt auch Leute. Naja. Also ich habe hier nochmal eine Statistik, die passt jetzt nicht so hundertprozentig dazu, aber das ist von 2015 oder 2016 sogar. Von Statista. Die Frage war, es ist nur im Rahmen einer Umfrage erhoben worden, sind sie wie das Bündnis Pegida der Ansicht, dass Deutschland zunehmend islamisiert wird, sogar in Verbindung eben mit dieser Pegida, die ja doch eher radikale Ansichten vertritt und da haben dann mit 34 Prozent oder 34 Prozent der Leute haben mit Ja zumindest hier geantwortet. Was ja schon eine ganze Menge ist. Ja, das ist viel. 57 mit Nein, da bleibt noch ein Rest, der sich scheinbar nicht äußern wollte. Ja. 57 Prozent mit Nein, ah ja, okay. Gerade eine Mehrheit. Sind nicht so viele, die Nein gesagt haben. Mhm. Etwas über die Hälfte. Ja, ja, das sind so Befindlichkeiten. Und ich glaube auch, dass diese Präsenz und die Art, wie darüber berichtet wird, starken Einfluss darauf nimmt, wie diese Befindlichkeit sich als eigenständiges Phänomen verbreitet und von den Fakten abgelöst existiert. Wobei man auch sagen muss, andererseits, und das wird bestimmt wieder üble Proteste geben, aber es ist ja auch nicht alles friedvolle Eierkuchen. Wenn Leute in einem Bürgerkriegsland aufgewachsen sind und die kommen dann als Flüchtlinge in ein anderes Land und die können vielleicht, was weiß ich, die Landessprache nicht und haben auch nie eine andere Sprache gelernt und die sind jetzt Mitte 40, dann ist es halt sehr schwer, sich zu integrieren und das wird dann vielleicht auch nicht gut gelingen. Und da gibt es natürlich Probleme. Da wird es Probleme geben. Ich denke auch, das ist keine leichte Aufgabe. Aber es ist ganz normal und ich denke, man muss die rational angehen, die Probleme. Man muss sich als Gesellschaft hinsetzen und überlegen, wie machen wir das am besten? Was wollen wir? Was für Ziele haben wir? Und was wie immer, was für Möglichkeiten gibt es, diese Ziele mit möglichst geringen Kosten? Also nicht nur monetäre Kosten, sondern alles, was dazu gehört, zu erreichen. Laut Schreien von allen möglichen Seiten hilft nicht. Ich finde das einen sehr guten Einwand, weil es gibt ja Korrelationen, da kommen wir später nochmal zu. Es gibt halt so Korrelationen zwischen zum Beispiel, bin ich ein Muslim, bin ich ein Einwanderer, bin ich arm, muss ich mich hier irgendwie, habe ich Probleme, mich zu integrieren und werde zum Beispiel kriminell. Das sind dann nicht unbedingt die Muslime, sondern das sind halt dann eben bestimmte Personen, die hier eben nicht zurechtkommen. Da gibt es aber ein Problem, da gibt es ja Statistiken zu, dass es da eben, dass das ein Problem ist, das darf man halt auch da nicht so bestreiten. Oder dass es eben auch viele Anschläge gibt, die auch Menschenleben kosten. Klar, wir haben eben gesehen, das geht auch in die andere Richtung. Aber klar gibt es da auch Dinge, die aus diesen Gesellschaften, oder wir werden es ja nachher noch ein bisschen genauer ausdröseln, die sich jedenfalls, oder von den Islamisten ausgehen, die ja durchaus den Leuten auch Angst machen können, dass es übertrieben ist, von einer Islamisierung zu sprechen, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Aber es gibt da eben schon, also dann nur zu sagen, ja, die sind ja genau wie wir, sind sie ja irgendwie auch, aber man muss die Probleme schon auch benennen und auch angehen. Genau, und dann kommen auch noch Probleme dazu, die dann auch vergessen werden unter dieser ganzen religiösen Debatte. Zum Beispiel, wenn man sagt, eine Million Leute sind unter krassester Lebensgefahr aus Gebieten hier hingekommen, dass diese Leute dann zum Beispiel einfach ganz banale psychische Probleme haben, Kriegstraumata und so weiter, kommt ja noch dazu. Und dass, wenn man in der Fremde ist, sich mit Angsterscheinungen quält, dass man dann auf irgendwelche Sachen zurückgreift, die man zu Hause gar nicht vielleicht so sehr verfolgt hat, die man jetzt aber in der Fremde auf einmal wieder aufnimmt, also das sind ja alles Aspekte, die werden in dieser Debatte, wie die heute geführt wird, auch im Fernsehen total vernachlässigt. Also, dass da so eine ganz banale menschliche Ebene auch reinspielt, wo es einfach mega schwierig ist, mit so Leuten umzugehen und mit denen vernünftig zu reden und an Rationalen und so weiter und so weiter. Ja, man muss sehr gut differenzieren, finde ich auch nochmal einen guten Punkt. Man muss es eigentlich alles auf, oder man muss es auftröseln und da differenzieren und eigentlich oder auf jeden Fall jede Art der Pauschalisierung hier fallen lassen. Und das ist ja eins der Probleme, eben diese Pauschalisierung, sondern man muss halt eben differenziert hinschauen, was unheimlich kompliziert ist. Und leider ist das gesellschaftliche Klima auch gar nicht so gerade. Aber ich denke auch, wenn man nicht so genau hinguckt, wird man nur zu Lösungen finden, die das Problem nicht lösen oder die Probleme nicht lösen und deswegen verschwendetes Geld sind im Nachhinein. Wenn man es mal so ausdrückt. Und verschwendete Zeit vor allem. Und Zeit. Verschwendete Lebenszeit für sehr viele Leute. Ja, genau. Also interessant fand ich ja wirklich, dass die Medien, die Zeit auf jeden Fall, ich meine, die Süddeutsche war auch dabei, dass die ja zurückgerudert sind und gesagt haben, wir haben zu positiv und zu euphorisch berichtet über die Flüchtlingsströme und wirklich gesagt haben, man hätte da etwas, ähnlich wie bei Trump, aber das ist ja jetzt auch nochmal ein anderes Thema, also man hätte da nochmal genauer hingucken müssen und auch etwas differenzierter berichten müssen, um eben Parteien wie der AfD oder Bewegungen wie der Pegida nicht dieses Thema halt zu überlassen. Ach, das ist interessant. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist ja interessant. Aber Leute, rutschen wir vom Islam weg in Richtung Flüchtlinge? Das kann gut sein. Hängt alles zusammen. Es ist schwierig zu trennen. Aber wir kommen zurück zum Islam. Ist das schließlich eine Islam-Sonderfolge? Islam-Sonderfolge. Islam-Sonderfolge. lege remarket vom Islam-Sonderfolge. Feuer, 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 earthquake, Feuer. ем merci auf decid, Vielen Dank.